Schaut das neue Video von Sashka an. Reingefallen auf Anni The Duck, wenn Klicks wichtiger sind als die Wahrheit. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Sashka-Video und schauen, was sie hier zu sagen hat zu den ganzen Thematik. Es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl Sashka. Und ich werde mich niemals an diesem Intro satt hören. Und ihr hoffentlich auch nicht. Heute sollte eigentlich ein anderes Video kommen, aber dann habe ich dieses interessante Internet. Anni The Duck über Mauki, Schmierkampagne, Geld, Kaffee und Kuchen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich mir tatsächlich auch schon privat angeschaut. Da gibt es keine Reaction dazu. Aber ja, das geht auch eine Stunde. Also auf sowas kann ich auch nicht reagieren. Aber das habe ich auf jeden Fall auch angeschaut. Ich kann schon mal spoilern. Ich fand es persönlich nicht gut. Also ich fand es eigentlich gar nicht gut. Aber ja, ich würde dann vielleicht später im Nachgang so etwas sagen, falls das nicht mehr internetisiert wird. Video gesehen und zwar von KuchenTV und Anni The Duck. Und im ersten Moment dachte ich tatsächlich, dass es Fake ist. Bis ich die beiden, wenn auch nicht in Präsenz, nebeneinander gesehen habe. Und worum geht es in diesem Video? Um aufgewärmtes Zeug nur neu verpackt. Angebliche Beweise, die die aus... Also ich kann jetzt schon mal sagen, was mich jetzt daran gestört hat. Und zwar KuchenTV hat ein paar interessante Fragen rausgenommen, die entweder von der Community gestellt waren. Ich weiß nicht mehr ganz, wie der Kontext war. Oder die er einfach selber rausgesucht hat, die halt kritisch waren oder ein bisschen in eine kritischere Richtung ging. Hat diese Fragen... So, ich würde jetzt persönlich aus eigener Meinung sagen, halbherzig an Anni The Duck weitergegeben. Sie hat irgendwie dazu extrem viel gelabert manchmal. Manchmal ein bisschen ausschweifend. Manchmal hatte ich persönlich das Gefühl, dass da irgendwie Narrative verstärkt werden, die sie selber gebracht hat vorher. Und dann wurde es oft oder meist oder fast immer, nagelt mich nicht darauf fest, zumindest hatte ich den Eindruck, gefühlt gar nicht eingeordnet, nicht hinterfragt. Es wurde so zur Kenntnis genommen und gesagt, ja. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hat ein bisschen erinnert an die ganze Leeroy-Thematik, weil er ja dann ja auch stark in der Kritik stand, dass er die Formate, die er gemacht hat mit kritischen Leuten, dass er dann nicht reingegangen ist und das auch überhaupt nicht eingeordnet hat. Ja, so einen ähnlichen Weip hat ich da. Ich fand das persönlich einfach nicht gut. Aber wir schauen noch, was das gerade dazu sagt. ...Aussagen von Anni stützen, aber nur KuchenTV durfte diese Beweise, stützliche Beweise, um aufgewärmtes Zeug nur neu verpackt. Angebliche Beweise, die die Aussagen von Anni stützen, aber nur KuchenTV durfte diese Beweise stützen und er hat gesagt, dass er ihr glaubt. Also ein paar Fragen quasi. Deshalb habe ich auch gesehen, da ging es um eine Sprachnachricht, diese ominössische Sprachnachricht, wo ja angeblich so ein Teil davon editiert war und irgendwie wurde es dann so gesagt, ja, ja, ich habe die Voice gehört, die hat sich richtig angehört und die Begründung war irgendwie, dass das alles über AI oder KI halt durchgelaufen ist und dass die Audio sich verkrüppelt hat. Ja, also so hundertprozentig weiß ich nicht, wie man das einordnen soll. Für mich hat das jetzt nicht mehr oder weniger Wert als vorher. ...die sie abgeklärt haben, weil ich dafür noch Belege wie Chatverläufe und so weiter geschickt bekommen habe. Da werden wir dann im Laufe der Folge drauf eingehen. Ich werde auch mehr bekommen, Chatverläufe und so weiter. Aber das mit der Sprachnachricht ist mir am ehesten im Kopf geblieben. Und deswegen gab es natürlich auch keine kritische Nachfrage in dem Interview insgesamt. Okay. Da unten stand jetzt, das ist sozusagen eingeblendet. Ich habe für viele Dinge Belege geschickt bekommen, was soll ich kritisch nachhaken, wenn ich vorher Beweise gezeigt bekomme. Und deswegen gab es natürlich auch keine kritische Nachfrage in dem Interview insgesamt. Die Kommentare darauf sind... Finde ich aber dann auch schwierig als Argumentation, weil man ja davon ausgehen muss, dass die Leute, die das Video schauen, nicht die Beweise haben. Und da könnte man dann vielleicht trotzdem näher drauf eingehen, auf die ganzen Sachen, anstatt einfach nur Ja zu sagen, nachdem halt sie ihren Part gebracht hat. Sehr durchmischt. Viele kritisieren das Interview und zeigen... Leider zu unkritisch. Gerade bei solchen Personen wie die Ente muss man härter gegenhaken und sehr unbequem sein. Ich finde, man hat das gemerkt, dass sie imponiert und sich rausredet. Das kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber ich hatte auf jeden Fall auch persönlich den Eindruck, dass das nicht alles so hundertprozentig ehrlich war. Das ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Vielleicht bin ich auch vorgeprägt, weil ich auch diesen ganzen Hintergrund schon ein bisschen geschaut habe und mitbekommen habe, vor allem, dass auch so viele Aussagen gegen eine Person sind. Könnte man das als Verschwörung sehen. Aber die Personen, die das gebracht haben, würde ich mehr oder weniger als halbwegs glaubwürdig einschätzen, zumal es auch die Menge waren an halbwegs glaubwürdigen Personen. Ja, am meisten Influencer brauchen wir jetzt nicht sagen, okay, die sind die ehrlichsten Seelen der Welt. Genauso wie bei jedem anderen Menschen im Real Life. Aber ich glaube schon, dass da irgendwas dran sein muss und das hat mich dann auch jetzt nicht so überzeugt, dieses ganze Interview hier. Auf, wie manipulatives Vorgehen seitens Anni aussieht. Und vor allem stellen sie in Frage, warum es notwendig ist, so einer Person, eine Plattform zu mieten, aber haben sie recht? Oder hat vielleicht KuchenTV recht? Geht es vielleicht sowas wie um eine ausgewogene Berichterstattung der Person, eine Plattform zu geben, damit sie sich äußern kann? Was sie nicht auf ihrer eigenen Plattform tun kann, ne? Sind die Leute vielleicht wirklich dumm und verstehen das Internet? Ja, also wenn es nur um die Plattform ging, dann war das tatsächlich überflüssig. Dann hätte ich es genauso auf ihrem YouTube-Channel auch raushauen können, weil ich weiß nicht, wer mehr Reichweite hat, aber ich hätte jetzt so aus dem Bauchgefühl gesagt, das eigentlich sagt schon, ne? Durchsache Reichweite hat, kann aber auch falsch sein. Also wie gesagt, aus dem Bauchgefühl. ...interview nicht. Ein Interview, das mehr Fragen als Antworten aufwirft. Und vor allem die Frage in den Raum stellt, wie unkritisch darf man bei solchen hochsensiblen Themen sein? Und das war überraschend neutral und angenehm irgendwie. Ich war sehr aufgeregt hier rein. Ich dachte, du machst mich jetzt voll fertig. Ja. Das alles seht ihr heute und nicht morgen, nicht gestern. Naja, vielleicht doch, aber ist egal. Heute seht ihr das live mit eurem Girl Sascha. Ich weiß, es gibt nichts, was KuchenTV mehr liebt als Beef, da man von diesem eben monetär profitieren kann. Junge, Beidelsblogger zu sein, ist gerade ein... Okay, so wie ich das gerade verstehe, geht es wirklich in großen Teilen jetzt hier auch um dieses KuchenTV-Video. Da bin ich echt gespannt, was Sascha noch dazu sagen wird. Und da kann ich vielleicht auch noch das eine oder andere dazu sagen. Wie gesagt, ich habe es schon geschaut. Einfach wie ein Sechser im Lotto. Aber das ist kein Beef, denn es geht nicht nur um KuchenTV und es geht nicht nur um die Person, die vielleicht der und der Person glauben und der nicht. Nein. Es geht insgesamt darum, wie schnell Personen, einflussreiche Personen, ihre Meinung je nach Video und Tageszeit ändern. Und vor allem, wie sie gleichzeitig andere damit beeinflussen. Kurz für den Einstieg. Ein Thema, das seit Wochen YouTube Deutschland dominiert. Seit Monaten. Seit Monaten. einer Influencerin, der allerlei Dinge vorgeworfen werden. Emotionaler Missbrauch, angebliche Tierquälerei, Hetzkampagnen gegenüber anderen. Ganz, ganz stark runtergebrochen. Eine Person mit zwei Gesichtern. Denn ihre öffentliche Darstellung hatte, laut den Aussagen von vielen verschiedenen Personen, nichts mit der privaten Darstellung zu tun. Es ist, diese Diskrepanz ist für mich, eine Person, die sich online stark macht über Depressionen und wie wichtig es ist, über Depressionen aufzuklären, sagt zu mir, dass sie nicht glaubt, dass ich Depressionen hätte in der Zeit, in der ich in dem tiefsten Loch meines Lebens war und im Nachhinein eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen habe. Diverse YouTuber haben sich dazu geäußert. Anonyme Personen, ehemalige Mitarbeiter und ganz vorne mit dabei, Maoki. Laut ihrer eigenen Aussage nach und das Ganze belegt mit Chatverläufen, hat sie sehr, sehr stark unter Ani the Duck gelitten. Diese soll viele Lügen über sie verbreitet haben. Teilweise, dass sie schizophren sei und dass sie hierbei Tabletten nicht nehmen würde. Ja, das waren auch so Punkte. Die waren, glaube ich, relativ am Anfang vom Video. Also ich hatte, zum Background, ich hatte auch das Video von Maoki schon geschaut, das neueste, wo auch Rizzo einen Part mit dabei gehabt hat, beziehungsweise eher so eine Moderationsrolle, mehr oder weniger. Also nicht wirklich, sondern er hat mit Zeugen gesprochen, denen ihre Aussagen zusammengefasst, anonymisiert und die dann wiedergegeben, ohne seine eigene Meinung damit zu äußern. Ich sage es mal so. Ja. Und ich hatte das alles geschaut und es hat schon sehr glaubwürdig gewirkt. Und als sie dann diese ganzen Themen aufgearbeitet haben mit eben genau diesen Themen, dieser, dass sie da eine bestimmte Krankheit hat und dafür irgendwie Tabletten nimmt, das wurde auch kurz thematisiert in diesem KuchenTV-Interview und ich fand, das war alles irgendwie so gefühlt sehr schwammig beantwortet, aus persönlicher Meinung. Es war irgendwie nicht zufriedenstellend, es war irgendwie ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet gefühlt. Es wurde so, Sachen wurden so verallgemeinert oder wie sagt man, ein bisschen runtergespielt. Zumindest alles meine subjektive Meinung fand ich absolut nicht befriedigend. ...bei ihr aufpassen müsste. Das zeigt sie zuletzt in einem zweiten Hauptvideo zu der ganzen Thematik. Auch von Annie the Duck gibt es mehrere Aussagen, sowohl stundenlange Videos als auch in Textform als auch jetzt in Form von einem Interview mit KuchenTV. Ihre Videos und Aussagen haben immer ein ähnliches Muster. Die Videos von Annie the Duck habe ich auch einige geschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau, aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich das meiste auch schon gesehen habe und dazu auch eine eigene Meinung habe an der Stelle. Das Ganze war ein Missverständnis. Die Leute haben das falsch verstanden. Ich habe das doch gar nicht so gemeint. Es kann doch sein, dass es vielleicht an meinem Ton lag. Da habe ich jetzt letzte Woche erst, als ein Freund zu Besuch war, darüber geredet. Und der meinte, hey, ich achte jetzt vielleicht mehr drauf, aber wenn ich dich nicht besser kennen würde, würde ich meinen, dass alles, was du sagst, irgendwie so abwertend klingt. Und nach diesen... Ja, keine Ahnung, ist jetzt halt auch wieder so ein bisschen anekdotisch, aber ich meine, allein schon dieses seine Video damals, dass ich mich jetzt gerade erinnere, was mal gezeigt wurde, wo sie dieses arme Rittergericht gemacht hat und das ist ein Rezept von Reefer. Da hatte ich auch schon das Gefühl, dass sie sehr abwertend darüber spricht. Kann natürlich sein, dass es ein Stilmittel für das Video war, aber wenn das sich halt... Also ich möchte jetzt auch nicht Sachen aus dem Kontext reißen, das ist gar nicht die Sache, aber ich... Manchmal bezweifle ich schon so Aussagen, dass man selber gar nicht merkt, wenn man irgendwas abwertend gesagt hat. Es kann sicherlich mal vorkommen, aber es gibt auch genügend Situationen, wo es einem selber auffallen sollte, wenn man etwas sehr abwertend sagt. So sag's irgendwie so abwertend klingt. Und nach diesen ganzen Vorwürfen hat es ihr gereicht. Sie hat dieses Video hier hochgeladen, das war noch vor dem Interview mit KuchenTV und hat da auf einmal angefangen auszupacken. Aber eigentlich nur gegen Mauki und eigentlich waren es nur ein paar an den Haaren herbeigezogene Punkte, die sie dann auf einmal... Das Video fand ich persönlich auch gar nicht gut. Es gab ein, zwei Punkte, wo man sich dachte, okay, maybe hat es ein bisschen so geheilt, aber so zu 80, 90 Prozent dachte ich mir, das hat jetzt überhaupt nichts verbessert, dieses Statement, sondern im Prinzip so die Glaubwürdigkeit allein schon aufgrund dessen, dass da halt auch viele Aussagen nicht nachvollziehbar waren, auch dessen, dass quasi viele Leute unabhängig voneinander verrichtet haben, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist halt schon extrem schwierig, die Situation hier für sie, aber auch für den Zuschauer, das ordentlich einordnen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme mir da auch nichts Recht raus, zu sagen, dass die Person oder die recht hat. Ich habe nur eine persönliche Meinung und zu wem ich aktuell eher tendiere und Stand jetzt ist für mich eben Mauki glaubwürdiger. Aber ja, das wird sich halt zeigen, wie sich alles entwickelt. Mal widerlegt hat. Dabei hat sie irgendwie einfach ganz andere Punkte aufgemacht, Dinge behauptet, die nie im Raum standen und auf einmal abgelenkt von der ganzen Situation. Es wurden also Strohmann-Argumente aufgestellt und plötzlich schaffte es sie mit einem einzigen Video diverse Leute auf ihre Seite zu ziehen und darunter waren auch YouTuber. Etwas, was dem YouTuber Traymond auch schon aufgefallen ist. Dieser hat bereits vor der Richterstellung von Mauki hat er gemerkt, dass da einige Dinge nicht stimmen können. Dass hier etwas gewaltig schief läuft und man hier ganz klar bei einem Manipulationsversuch zusehen kann. Anja Sedak ist mit einem Statement zurück und ganz YouTube Deutschland fällt auf ihre Manipulation rein. Dabei ist ihr Statement auf leicht erkennbare Strommänner aufgebaut. Schade an der Stelle, dass ganz viele Meinungsblogger-Kollegen sich nicht die Mühe gemacht haben, ihr Statement kritisch zu unterfragen, dementsprechend auch kritisch einzuordnen und sich dadurch mitschuldig machen, Täter-Narrative im Internet und kritisch zu verbreiten. Aber warum schaffen es andere die Sache besser einzuordnen, während Leute, die schon jahrelange Erfahrung haben, das plötzlich nicht mehr durchblicken? Wer viel Klicks will und das vor allem bei Skandalen, der muss schnell sein. Und das ist auch vollkommen legitim, denn jeder möchte seinen Sinn als erstes dazu abgeben. Seit dem Skandalrund... Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man schnell sein will und dann deswegen überhaupt nicht mehr kritisch ist, möglichst schnell alles raushaut, schnell zusammenschneiden und einfach raus damit. Hauptsache es zieht halt die Klicks, es gibt halt dann das Cash. Ja, okay. Aber irgendwo wünscht man sich dann trotzdem eine kritische Aufarbeitung. Kann man jetzt nicht von jedem YouTuber erwarten, möchte ich auch an der Stelle fairerweise sagen, aber wenn man eine gewisse Reichweite hat, fände ich schon angemessen, da ein bisschen genauer reinzugehen und Factchecks zu machen oder Skritsch dazu hinterfragen, als wenn man jetzt ein Studi ist, weil in einer gewissen Reichweite kommt natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Um Ani the Duck herrscht aber wie eine Art Konkurrenzkampf zwischen Meinungsbloggern, zumindest ist es das, was ich mitbekommen habe. So wie ich das auch in Erinnerung habe, entstand auch ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen Alpha Kevin und KuchenTV, wer denn sein Video als erstes hochlädt. Und so ging es dann die ganze Zeit weiter, beispielsweise bei Unge, bei Mois und so weiter und so fort. Wer lädt am schnellsten hoch? Die Gefahr ist... Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Konkurrenzkampf bezeichnen tatsächlich, aber die ganzen Meinungsblogger nehmen sich die ganzen Themen natürlich gerne vor. Und Alpha Kevin, muss man schon wirklich sagen, der hat gefühlt nie geschlafen, sondern einfach komplett durchgezogen, fünf Minuten nach dem Video rauskam, gefühlt fünf Minuten, es waren sicherlich nicht echt fünf Minuten, hat er dann direkt das Zusammenfassungsvideo rausgehauen. Was hier das Kontext fehlen könnte, man zu schnell auf etwas reinfällt und Betroffene im Nachhinein mal wieder etwas aufdröseln müssen, weil eine Person Fake News weitergetragen hat, nur weil man der Schnellste sein wollte. Natürlich stehen nicht nur die neuen Entwicklungen im Fokus, sondern natürlich auch der monetäre Aspekt. Ja, es geht einem um Geld. Ja, eine Anni The Duck auf dem Kanal zu interviewen, gerade zu solchen hochsensiblen Themen, wird auch Views bringen. Hierbei gibt es einfach einige Probleme. Und zwar vergleichen auch die Zuschauer in den Kommentaren sogar unter Leeroy-Niveau. Also, das habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber ich dachte mir, das ist schon sehr unkritisch, das hat mich auch tatsächlich an Leeroy erinnert. Tatsächlich ähnliche Wahrnehmungen hier, Plattform geben für meine Bitte. Kuchen nur ein Ja, sogar ein Suchwort geben. Ja, das, wie gesagt, ohne das jetzt irgendwie krass abwertend zu sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass da irgendwie das einfach so durchgerattert wurde und da irgendwie sehr wenig hinterfragt wurde, wenn überhaupt sehr oberflächlich. KuchenTV mit Leeroy. Also ihr wisst schon, er hatte mal einen Kanal oder der besteht immer noch, der sich nennt Leeroy wills wissen. Viele von euch werden die Kontroverse rund um ihn mitbekommen haben. Ein sympathisch wirkender Typ, der entweder eine Person zu ihrem Beruf, Leben oder Kuriositäten interviewt hat. Je verrückter, desto besser und so driftete das dann irgendwann ab zu, sie arbeitet im Rotlichtviertel, sie hat einen Sugar Daddy, die ist mega jung und verdient auf diese Art und Weise ihr Geld und so weiter. Und entweder hat Leeroy die Person alleine interviewt oder er war sowas wie der Moderator in einer Diskussion, wo er zwei gegensätzliche Personen, unterschiedliche Hintergründe, die hat er dann zusammengesetzt und hat die dann einfach miteinander sprechen lassen und dabei hat er die angeguckt wie ein Auto. Den Peak erreichte Leeroy, als er eine Transfrau mit einem AfD-Politiker zusammensetzte und diese dann ganz fröhlich miteinander reden ließ, ohne dabei irgendwas zu moderieren. Er hat dem AfD-Politiker eine ganz große Bühne gegeben, um Fake News zu verbreiten. Da würde ich sogar das Argument unterstreichen, sage ich mal, dass er jemanden Plattformen gegeben hat, aber eher auf eine negative Art und Weise. Beim Kuchen-TV-Fall würde ich sagen, kann es schon sein, dass er da vielleicht Plattformen gegeben hat. Ich glaube, Annie The Duck hätte da quasi selber auch genügend Energie, um das an eine ähnliche Menge von Menschen weiterzugeben, wobei dieser Politiker da wahrscheinlich nicht aus eigenen Kräften das geschafft hätte, das so publik zu machen. Das wäre jetzt einfach nur die ganz grobe Wahrnehmung von mir. Dieser Typ, der hat so viel Blödsinn gelabert, das war unmöglich auszuhalten. Im Nachhinein wurden zwar Texthafen im Video eingeblendet und gesagt haben, okay, das und das stimmt nicht. Das Problem war aber, dass das ganze Gespräch ja auf diesen Fake News aufgebaut war und die Texthafen dann auch nichts daran geändert haben, wenn die Basis ja schon von vornherein falsch ist. Die Interviewpartnerin war also sichtlich sauer und die Zuschauer waren es auch. Und der AfD-Politiker, der war nicht sauer, denn der war richtig happy. Er hatte genau das erreicht, was er wollte. Und zwar mit Leroys Hilfe. Auch Kuchen-TV kritisierte damals das Ganze. Leeroy saß einfach daneben, wahrscheinlich weil er selber gar keine Ahnung davon hatte und hat das halt einfach so mitgenommen. Und das ist natürlich gerade bei so einem Thema sehr kritisch zu sehen. Warum es umso seltsamer scheint, warum er ausgerechnet bei dieser Thematik Ani Sadak nicht kritisch hinterfragt hat. Trotz Widersprüche, die einem auf den ersten Blick direkt auffallen und auch den Leuten in den Kommentaren. Er sagt selbst, dass sie im Vorhinein gesprochen haben. Sie hat ihm angebliche Beweise vorgelegt, Chatverläufe und er durfte sogar noch Memos hören und er befindet das alles als legitim und glaubt ihr. Also ein paar Fragen quasi abgeklärt haben, weil ich dafür noch Belege wie Chatverläufe und so weiter geschickt bekommen habe. Da werden wir dann im Laufe der Folge drauf eingehen. Eingehen war in diesem Fall gemeint, dass er sagt, dass er Chatverläufe gesehen hat und Memos gehört hat und ihr glaubt. Das habe ich, ja das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass er gesagt wurde, er wird auf Beweise eingehen, aber im Prinzip wurde jetzt nicht explizit auf einzelne Beweise eingegangen, sondern es wurde gesagt, ja, nächste Sprachaufnahme war in Ordnung, die habe ich mir angehört. Ja, ob das jetzt so viel Mehrwert hat, ja. Zuschauer ist das aber nicht einsehenbar, was daran glaubwürdiger sein soll als beim letzten Mal. Ein Beispiel aus diesem Interview, damit ihr merkt, wie widersprüchlich das Ganze wirkt. Ani the Duck hat erzählt, dass Maoki Schizophrenie hätte und dass sie ihre Tabletten nicht nehmen würde und dass sie deswegen auch gefährlich seien. Maoki widerlegt das und sagt, nee, das stimmt nicht. Ani the Duck bringt Beweise vor, in denen sie sagt, doch, guck mal, die hat doch Tabletten genommen und zwar Antidepressiva. Maoki erzählt, dass Ani bewusst rum erzählt hat und das belegt sie auch mit einer Memo. Ja, vor allem diese Neller-Nachricht. Scheinbar kannte Ani the Duck Neller nicht wirklich, sondern oberflächlich und da hat da dann schon so extrem private Informationen über Maoki weitergegeben und das, also da kann man eigentlich nichts anderes machen, als sich dafür zu entschuldigen wirklich und da fragt man sich dann natürlich schon so als Person, wenn du jemandem diese Information schon weitergibst, obwohl man sich nur oberflächlich kennt, wie vielen Personen hat man es dann tatsächlich weitergegeben? Die Frage muss nicht beantwortet werden, selbst wenn diese Person diese beantwortet, muss man da auch wirklich hinterfragen, ja, kann jetzt sein, dass du sagst, ja, ich habe es null dieser Person weitergesagt, aber irgendwie das Verhalten, das man bis zu dem Zeitpunkt an den Tag gelegt hat, das sagt dann schon ein bisschen was anderes gefühlt subjektiv, muss nicht heißen, dass es wirklich weitergegeben wurde, aber so ein Bauchgefühl spielt da schon mit dann. Naja, hier ist zum Beispiel diese Sprachnachricht, die sie jemandem geschickt hat und da behauptet sie, die Wahrheit ist, sie nimmt seit zwölf Jahren sehr starke Psychopharmaka, ich finde es wild, solche Sprachnachrichten an jemanden zu schicken oder weiterzuleiten, wenn man ihn nur überflächlich kennt, und für ihre, über andere Personen, weil das ist schon sehr private Dinge, also, das würde ich nicht mal, also, ja, wie gesagt, ich glaube, ich muss dazu nicht sehr viel mehr sagen. Paranoide Schizophrenie und habe die dann so drei Monate lang ohne ärztliche Aufsicht einfach abgesetzt. Ani sagt in diesem Interview, ja, ich habe das irgendwie mal gehört, ich war mir nicht sicher. Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich jetzt nicht mega gut aus mit irgendwie Psychopharmaka und sowas. Ja, das ist halt schon, das habe ich auch so als Ausrede, also nicht direkt als Ausrede, aber so als Relativierung irgendwie wahrgenommen. Also sowas kann man nicht bringen, vor allem bei so klaren Beweisen. Das, was man wofür nimmt. Das wirkt mir ein bisschen wie so eine Rechtfertigung, aber an der Stelle müsste man sich einfach entschuldigen und das einziehen. Aber natürlich wäre es optimal, wenn man das auch wirklich einzieht und wirklich sich dafür entschuldigt. Aber den Eindruck hat mir Ani, den Tag von vorne bis hin leider absolut gar nicht vermittelt, dass ihr da irgendwas leidtun würde. Ich glaube, sie hat ihre eigene Sicht auf die ganzen Dinge. Jetzt müssen sie halt irgendwie im Idealfall irgendwie miteinander klären. vielleicht würde es nicht mehr stattfinden, vielleicht schon, wo da halt die Diskrepanzen liegen. Ich habe auch schon öfter gehört, dass man, auch wenn man eine Krankheit nicht hat, man trotzdem Tabletten dafür kriegt. Also ich hatte zum Beispiel meine Freundin. Diese Aussagen finde ich halt extrem schwierig, dass man solche Sachen in den Raum wirft, ohne dass sie quasi hinterfragt werden. Und ich habe schon häufiger gehört, dass jemand andere Tabletten bekommt für eine Krankheit, obwohl er die gar nicht bekommen sollte, aber man macht das halt so. Was ist das denn Aussage? Ich kann das überhaupt nicht prüfen und das wird auch nicht kritisch hinterfragt in dem Video. Also als Zuschauer ist man da schon sehr auf sich gestellt, das ordentlich einordnen zu können. Und ich traue mir das an der Stelle nicht zu, das einzuordnen. Die hatte Depressionen, aber die hat Tabletten für Schizophrenie bekommen, weil die bei ihr besser gewirkt haben als normale Antibioten. Die hätte gehofft, dass da Kuchen-TV ein bisschen Einordnung bringt oder zumindest dann im Nachhinein mindestens eine Tafel reinbringt, aber da habe ich jetzt nichts gesehen in der Richtung. Depressiver, deswegen war es für mich so ein, ich guess man verschreibt halt was auch immer für Tabletten, für welche Krankheit auch immer, wenn sie bei ihr wirken, ist das ja gut. Und dann habe ich das halt nur wirklich ganz engen Personen erzählt. Also die war auch die Einzige, die ich nicht so gut kannte. Das war auch so eine Aussage. Kann schon sein, ja, aber so richtig glauben kann ich es persönlich gerade nicht, aber gut. Du bist quasi davon ausgegangen und hast das dann so weitererzählt. Genau, ja wie gesagt, weitererzählt ist auch ein bisschen krass, das klingt als ob ich irgendwie so 30 Leuten erzählt hätte oder sowas, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis geblieben. Ja und spätestens da kann ich mich ganz vage daran erinnern, dass Mauck hier auch erwähnt hatte, dass das auch nicht, dass es auch an Managements weitergegeben wurde, was schon auch irgendwo weird ist, weil das auch, sage ich mal, beruflich schaden kann natürlich, wenn sowas weitergegeben wird, vor allem an Leute, die da irgendwie auch verantwortlich sind, dass du halt deine Placements bekommst und alles. Ja, also ich, für mich wirkt das persönlich sehr unglaubwürdig, aber ist meine persönliche Meinung, kannst du hier dein eigenes Bild bilden? Und Nella ist wirklich die Ausnahme gewesen an einer Person, die ich nicht gut kenne und die Maucki nicht gut kennt, der ich das erzählt habe. Aber warum erzählt man Leuten, denen man nicht gut kennt, eine Sache, die man irgendwo mal aufgeschnappt hat? Anderes Beispiel, Anni wird vollgeworfen, unempathisch zu sein, böse Dinge zu sagen zu anderen, sie teilweise herunterzumachen, abfällig und... Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, ob das in dem Video so war, dass sie sich wirklich dafür entschuldigt hat, aber ich kann mich halt an diese Ausrede, sage ich mal, auch wenn es jetzt nicht eins zu eins eine ist. Daran kann ich mich erinnern und das stößt schon sauer auf bei mir. Und Co. Anni sagt, dass sie vielleicht manchmal einen abfälligen Ton hat, aber das eigentlich gar nicht so böse meint. Und in ihrem Kopf ist es auch nicht so böse, aber das kommt vielleicht bei dem anderen so rüber und deswegen interpretieren die wahrscheinlich auch einfach Dinge rein. Ich habe anscheinend mit meinem Ton Dinge ausgedrückt, die ich gar nicht gemeint habe. Und ich glaube, das ist blöd und kann, glaube ich, auch, wenn man, ich glaube, wenn man will, kann man in alles, was ich sage, wenn man irgendwie mehr auf den Ton als auf das, was ich sage, irgendwie reagiert, sehr, sehr viel irgendwie Gemeines reinmachen. Und ich meine es nicht gemein, ich meine es eigentlich nett, aber das ist echt oft und ich habe echt, echt oft Missverständnisse. Gleichzeitig ist aber Anni sehr wohl in der Lage, ihre Stimme und ihre Außenwahrnehmung über mehrere Stunden entweder in diesem Stream oder in diesem Interview zu halten. Kein einziger Satz, der mit einem Ton abfällig gewirkt hat. Nein, ganz... Ja, also ich würde auch sagen, in den Ausschnitten, die ich gesehen habe von den Streams, ich weiß nicht, ob ich die ganz gesehen habe, ich habe sicherlich nicht, die habe Ausschnitte davon gesehen, da hat es jetzt zumindest immer so gewirkt, als ob sie extrem... Also ich möchte niemandem irgendwas unterstellen. Kann sein, dass man da wirklich sehr mental mitgenommen ist und deswegen diese Art und Weise des Sprechens annimmt, aber schon sehr unschuldig. Also in der Stimme war so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, es war schon sehr ein bisschen quietschig, unschuldig, irgendwie verletzlich, so dass diesen Viper das irgendwie verspricht, aber gleichzeitig für mich komplett persönlich unauthentisch. Wie gesagt, ich möchte da nichts reininterpretieren, weil es kann sein, dass man mit unterschiedlichen Situationen in seinem Leben unterschiedlich umgeht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie da, ja, vielleicht ein bisschen sich verstellt, vielleicht gar nicht verstellt, ich weiß nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da irgendwie, dass es nicht komplett natürlich ist. Im Gegenteil, sie fährt immer noch diese Schiene, dass man diese Stimme aufsetzt, in der man vermeintlich süß... Oh, okay. Sascha geht komplett rein. Also ja, wie gesagt, ähnlicher Vibe ist bei mir auch hängen geblieben. ...für andere Leute wirken. Nein, das stimmt alles gar nicht. Das stimmt alles gar nicht. Sehr, sehr viel irgendwie gemeint. Aber ich möchte da nicht zu sehr judgen. Also ich finde es persönlich auch nicht authentisch, aber es kann sein, dass es einfach die Art und Weise sich gespricht. Aber ich finde es auch nicht glaubwürdig. ...eines reinmachen und ich meine es nicht gemein, ich meine es eigentlich nett. Die Sache ist ja, die meisten Leute merken das. KuchenTV merkt das nicht. Von der KuchenTV Seite aus, keine Nachfrage. Des Weiteren bringt sie Autismus ins Spiel. Versucht es scheinbar damit zu relativieren. Und es tut ihr natürlich leid, dass sie so eine schlechte Freundin war. Ich glaube, ich habe 19 ungelesene Chats auf dem Handy. Werde ich die jemals lesen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, gut. Solche Sachen halt einfach. Ich kann schon verstehen, dass das scheiße ist und dass man mich dann für eine schlechte Freundin hält und dass man dann genervt ist und dass man halt in viele Sachen, die ich mache, einfach auch so. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass sie da diese im Raum stehende Autismusdiagnose reingebracht hat ins Video, weil dann, es ist schon irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Totschlagargument, aber es, wenn das nicht stimmen sollte, ist das schon irgendwie so eine Art Schutzschild, das sie vorhält. Ich möchte da niemanden, absolut niemanden irgendwas vorhalten, weil ich mich damit persönlich zu wenig auskenne und nicht einschätzen kann, inwiefern das, sage ich mal, der Wahrheit entspricht oder nicht. Aber natürlich hat man, wenn jemand sagt, okay, er hat jetzt eine gewisse Beeinträchtigung, nenne ich es jetzt mal, oder dass man da eben sich anders verhält oder die Menschen nicht so richtig wahrnehmen oder einschätzen kann, da möchte man natürlich auch nicht drauf gehen. Also das ist schon so, natürlich in diesem Kontext, vor allem wenn es nicht mal, wenn es noch nicht mal so richtig diagnostiziert ist, irgendwie so eine abmildernde, das ist so eine abmildernde Aussage, die dann versucht quasi, meiner Meinung nach versucht, Mitleid zu erzeugen oder Verständnis zu erzeugen. Also für mich ist es irgendwie jetzt auch noch keine richtige Aussage, weil es steht noch alles im Raum, es ist noch nichts irgendwie so richtig geklärt, dann diese ganzen Verstrickungen, diese ganzen widersprüchlichen Aussagen, die auch teilweise kommen. Also ich finde es extrem schwierig, da irgendwas authentisch zu finden, Stand jetzt. Bösartigkeit, wenn man hineininterpretieren kann. Aber die Leute können ja doch mal sagen, warum sie eigentlich so eine schlechte Freundin war. Tut mir leid, dass ich es nicht sehe, tut mir leid, dass ich es nicht verstehe, ich würde es gerne hören. Also bei manchen Leuten weiß ich wirklich nicht, was ich getan habe, bei anderen Leuten kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Da gab es halt Streit und aber auch da nicht nur von meiner Seite, sondern auch von der anderen Seite. Aber eigentlich weiß sie, dass sie eine schlechte Freundin ist. Kei bleibt bestehen, es tut mir immer noch wirklich, wirklich von Herzen leid, dass ich Menschen verletzt habe. Ich muss an mir arbeiten, ich muss lernen. Aber was genau hast du denn falsch gemacht, wenn es dir leid tut? Wenn mir jemand erzählen möchte, dass es einem leid tut, dann muss diese Person in der Lage sein, genau und klar zu benennen, was sie falsch gemacht hat und wie sie im besten Fall daran arbeiten möchte. Ja, das ist ein guter Punkt. Also tatsächlich. Also wenn man sich für etwas entschuldigt, ist es schon eigentlich, vor allem bei solchen schweren Anschuldigungen, ist es schon schwierig, das so oberflächlich zu machen. Vor allem, wenn man sich schon dazu entscheidet, ein Statement aufzunehmen und es in der Öffentlichkeit zu entschuldigen. Aber gleichzeitig macht sie Tests in Bezug auf Autismus. Vielleicht liegt es ja doch irgendwie daran. Obviously. Ich bin kein leichter Mensch. Ja, ich bin definitiv ein stressiger Mensch. Ich bin immer gestresst. Ich bin immer müde. Ich bin immer zu spät. Ich, es ist wirklich, wirklich schwierig für mich so diese, manchmal auch diese Feinfühligkeit zu haben. Ich habe jetzt auch sehr, sehr, sehr viele, mit sehr vielen Therapeuten geredet und habe jetzt auch ein Autismus-Screening gemacht, was aktuell sehr aussieht, als ob ich da auf dem Spektrum liegen würde. Ist Autismus oder ADHS wirklich eine Entschuldigung für das, was sie getan haben sollen? Eine Person, die sich online stark macht über Depressionen und wie wichtig es ist, über Depressionen aufzuklären, sagt zu mir, dass sie nicht glaubt, dass ich Depressionen hätte. Kritik auf das Vorgehen... Das ist schon wirklich schwer, harter Vorwurf und wenn das da war, dann spricht absolut grausam. ...den angebliche Beweise, die im Vorhinein gezeigt wurden. Fehlendes, kritisches Hinterfragen werden abgeschmettert. Ja, sogar als dumm betitelt, wenn angemerkt wird, dass man für Annis Zwecke instrumentalisiert wurde. Wenn du das so siehst, bist du ein... Shit, hier hat du dich von Anni tausend zuschauen, hast du es mal. Wenn du das so siehst, bist du ein ziemlicher Vollidiot, der wieder das Interview vernünftig geguckt hat, noch den Charakter, bis jetzt seine Person zuzuhören, dass sie gerade in der Kritik steht. Ja, also ich fand es persönlich auch... Ich muss sagen, das Interview hat mir absolut nichts mehr gegeben. Also gar nicht. Und das lag halt auch vielleicht daran, dass einfach diese kritische Nachfrage gefehlt hat oder dass man das Gespräch mal wieder ein bisschen so zurückgeholt wurde, weil häufig hatte ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen sehr stark ausgeschmiffen wurde um gewisse, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht Narrative sagen, aber bis das so ausgeschmückt wurde und man dann sich schön in anderen Themen verwickelt hat und dann das irgendwie aufbreit getreten hat, ja, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Moderation gewünscht, anstatt dass einfach KuchenTV die Frage hinwirft und sagt, ja, okay. Also, okay, beantwortet, dann nächste Frage. Ein ziemlicher Vollidiot, der weder das Interview vernünftig geguckt hat, noch den Charakterbesitz einer Person zuzuhören, auch wenn diese gerade in der Kritik steht. Kaffee und Kuchen, also so heißt das. Also ich kann mich vage erinnern, dass er es auch mit ApoRed gemacht hat und ich weiß nicht mehr, ob das besser war, aber ich habe zumindest ganz vage in Erinnerung, dass es da schon ein bisschen kritischer war. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt komplett vertue und das ist genauso. Also, bitte, Verzeihung, falls ich mich da irre. Format war noch nie ein Format, womit ich irgendwen zerstören wollte. Sondern ich gebe Personen die Möglichkeit, sich zu äußern. Anni hat viele Dinge eingesehen. Welche? Safe ist sie auch ein, zwei oder die Hälfte ausgewichen, was mir hätte auffallen müssen. Bei anderen Dingen habe ich Beweise bekommen. Nur weil ihr alle auf Maukis Seite steht, heißt das nicht, dass sie zu 100% Recht hat. Also irgendwie sieht man ein, dass man es hätte merken müssen, dass die Sachen ausgewichen sind, aber irgendwie seid ihr trotzdem Vollidioten. Ihr habt das Video gar nicht richtig geguckt. Und wie er sagt, in dem Format selbst sollte es darum gehen, der Person die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Sie hat einen YouTube-Kanal, sie hat einen Instagram-Kanal, sie hat Twitch, X hat sie auch noch und all diese benutzt sie auch. Aber zum Glück gibt KuchenTV ihr die Möglichkeit, sich zu äußern und eigentlich hat sie auch nur all das wiederholt, was sie schon die Male davor gesagt hat. Es ist super, super wichtig. Deswegen, genau deswegen, sie hat ja gesagt, sie hat nur das wiederholt, was sie all die Male vorher gesagt hat. Ja, im Wesentlichen schon. Es kann schon sein, dass sie da auf ein, zwei Sachen ein bisschen konkreter eingegangen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass er trotzdem stark ausgewichen wurde. Also ja, mir persönlich hat das Video auch gar nichts gegeben. Dass man ihr zuhört und dass sie die Möglichkeit hat, sich zu äußern. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich wollte jetzt auch nicht noch mal ein Drei-Stunden-Video machen, was sich wieder keiner anguckt. Vollzeit irgendwie knapp und auf die wichtigsten Punkte machen. sage ich dir ganz ehrlich. Also ich hätte sofort... Also ich glaube, jeder hätte es angeschaut, wenn es dir da noch mal ein Statement-Video raushaut. Weil es kann schon sein, dass viele Leute voreingenommen sind, aber ich denke, sehr viele Leute sind auch eher neutral in der Geschichte und wollen sich einfach beide Seiten gleichberechtigt anhören und ihre eigene Meinung bilden. Aber ich denke, das würden schon viele schauen auf jeden Fall. Also ich hätte es auch geschaut, wenn es herausgekommen wäre. Vielleicht nicht in der Reaction, weil so ein-Stunden-Videos immer ein bisschen schwierig sind, wenn man vor allem noch darauf reaktet. Aber ja, ich hätte es auch geschaut. Echt? Oh, das freut mich. Das freut mich. Ey, weißt du was? Wenn du mal Geldprobleme hast, sagst du mir Bescheid und dann mache ich noch ein paar mehr Statements für dich. Das wäre gut. Ihre Videos haben doch viel mehr Reichweite als beispielsweise die von Malki. Und sie weiß doch auch ganz genau, dass jeder darauf reagiert. Was heißt denn hier, dass das niemand wieder guckt? Stimmt, vor allem mit den ganzen Reactions wird ja eh noch mal multipliziert. Wenn die Beweise doch so gut sind, warum hat sie das in dem Video nicht vorgelegt? Und warum konnte Malki so gut alles auseinandernehmen? Wie bereits angesprochen, hat ja auch Traymond auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Alpha, Kevin, TJ und Co. Diese haben entweder Offline-Reactions gemacht oder auch mit Chat, aber es hat trotzdem nicht viel gebracht und sie haben sich allen lullen lassen. Als Beispiel führt er den YouTuber Kaiser auf, der durch seinen Chat in einer Live-Reaktion korrigiert wurde und so auf Manipulation aufmerksam gemacht wurde. Ich weiß nicht 100% was die Situation hier ist. Und genau dieses Defizit kann natürlich in einem Dialog mit dem Chat auch ausgeglichen werden, was wir hier auch beobachten konnten. Aber bei einer Offline-Reaction ist das leider nicht der Fall. Da kann es dann mal zu folgenden Missverständnissen kommen und das führt dann wiederum dazu, dass ein Stroman-Argument oder ein Framing-Versuch von einer Manipulatorin wie Anni einfach so geschluckt wird, weil man selber nicht tief genug in der Thematik drin ist, man das Thema mitnehmen möchte, weil es halt relevant ist und viele Klicks gibt, aber man leider halt gerade nicht den Chat hat, mit dem man argumentieren kann und der einen im besten Fall auch Fact checken kann. Ja, KuchenTV war alleine in dem Interview. Seiner Aussage nach haben sie viel vorher besprochen. Beweise wurden gezeigt, Dinge nicht hinterfragt. Jetzt mal ehrlich, wenn man dieses Interview sich als Beispiel anhört, ist KuchenTV Maßstab dafür, wie glaubwürdig Beweise sind, wenn er sich hat, schon nach diesem Video einlöhnen lassen? Ich persönlich würde sagen, nein, aber wahrscheinlich bin ich auch einfach dumm, weil ich dieses Interview nicht verstanden habe. Das ist nicht objektiv und das ist auch nicht, ich gebe der Person eine Plattform, um sich zu äußern, die hat die Plattform, die hat mehrere Plattformen und die Sache ist, wenn sie etwas berichtet, wenn sie ein Video macht, dann werden auch alle darüber sprechen, das sieht man doch. Würde ich auch sagen, also das Plattform-Argument ist an der Stelle vielleicht ein bisschen so fadenscheinig, weil sie genügend Plattformen hat, sie hat genügend Möglichkeiten, ihre Meinung zu multiplizieren, spätestens dann als Zusammenfassung bei eigentlichen Meinungsbloggern oder in Reactions und da ist sie nicht darauf angewiesen, ich sag's mal so, der, ich würde sagen, der Hauptgrund, und ich meine, daraus macht KuchenTV ja auch kein Geheimnis, warum es sinnvoll ist, das auf sein YouTube-Video hochzuladen, ist natürlich monetär, dass er da halt dann Geld macht mit, wäre natürlich schön gewesen, wenn das auch noch kritisch eingeordnet worden wäre. Kann man doch, dass alle dazu ein Video machen, das ist doch nicht so, als ob das niemand mitbekommen würde, wenn sie was sagen will, die ist keine kleine Influencerin, die hat nicht irgendwie 4000 Follower auf Instagram und deswegen bekommt das niemand mit, was sie postet, das stimmt doch gar nicht. Ich wollte jetzt auch nicht nochmal ein 3-Stunden-Video machen, was sich wieder keiner anguckt, das ist nicht, ich gebe der Person eine Plattform, das ist, ich hole sie auf meine Plattform, damit ich davon profitiere, mehr nicht. Und ich kann Mauki verstehen, wenn sie nicht zu KuchenTV geht, wenn sie nicht ein Interview mit ihm machen möchte. Denn das Problem an der ganzen Sache ist, und das ist meine Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass es hier in Aufklärung geht, dass es hier darum geht, dass die Personen sich endlich äußern können, dass sie sich aussprechen können. Nein, das ist ja das, worüber auch die ganze Zeit gescherzt wird, was ja auch die Wahrheit ist, es geht um Geld. Gerade bei solchen Themen sollte man halt keiner Person die Bühne geben, irgendwelche Falschbehauptungen aufzustellen, um die andere Personengruppe schlecht zu reden. Aber genau das ist da halt mehrfach passiert. Wenn man nicht fähig ist, ein kritisches Interview zu führen und nicht fähig ist, auf Kritik zu reagieren, ohne alle als dumm zu betiteln, dann sollte man nicht solche Art von Interviews machen. In den letzten Tagen äußerte sich Reeve zu der ganzen Thematik. Auch sie hat etwas zu Ani the Duck gesagt, weil sie mal zusammen waren. Danach hat sie sich nicht mehr zu der Thematik geäußert. Und sie wurde von mehreren außenstehenden Leuten, fremden Leuten, als schwach betitelt, weil sie sich nicht mehr dazu äußert, weil sie maul... Das habe ich auch gesehen, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, auf X oder so, da hat dann Reeve doch ein Statement gebracht. Und das finde ich echt krass, dass Leute ihr das vorwerfen und sie dazu zwingen, mehr oder weniger zwingen wollen, da irgendwie noch Statements rauszuhauen. Ganz ehrlich, sie ist niemandem irgendetwas schuldig und wenn sie da was raushauen will, dann soll sie das machen, wenn sie der Meinung ist, ist, dass es notwendig ist. Weil wenn sie sich zurückziehen will und ihr Stuff verarbeiten will, dann ist sie ja absolut das Recht auch zu tun. Also sie muss sich da nicht einmischen, auch wenn die Leute da, sage ich mal, schon fast gierig sind nach Drama, muss da nicht jeder irgendwie seine Rede und Antwort stehen. Vielleicht entweder zum Selbstschutz oder eben, weil man auch einfach das nicht möchte, dass niemand das verpflichtet. ...au hier alles machen lässt und sie allgemein mit der ganzen Thematik alleine lassen würde. Doch sie entgegnete damit, dass sie in der Beziehung mit Anni damals einen absoluten Tiefpunkt erreicht hat und sie sehr lange gebraucht hat, um da rauszukommen. Würde diese ganze Auseinandersetzung mit der Thematik und das teilweise über Wochen, was ja auch so passiert mit Mauki beispielsweise, das würde Wunden aufreißen und es sollte für alle logisch nachvollziehbar sein, wenn sie eben nichts mehr dazu sagen möchte. Die Öffentlichkeit hat eben keinen Anspruch darauf zu erfahren, was los ist. Ich meine... Also laut dem Statement von Reef war es auch so, warum sie sich überhaupt geäußert hat, ist, um Mauki einfach mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem sie von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, ohne dass sie auf alles explizit eingeht. Weil natürlich ist es so, ganz am Anfang von dieser Diskussion, wenn nur eins Aussage gegen Aussage steht und diese Person sich, sage ich mal, auch relativ gut dieser Diskussion entziehen kann, dann wirkt natürlich erstmal die eine Person vielleicht unglaubwürdiger auf die anderen oder die andere oder die Leute können es nicht einschätzen. deswegen wollte Reef das, sage ich mal, ein bisschen mehr Gewicht hinterlegen und das war der Grund, warum sie sich geäußert hat und nicht, weil sie dazu alles komplett auspacken wollte. Ansatzweise. Denn die Sache ist, es ist kein dummer YouTube-Beef. Es sind keine Meinungsverschiedenheiten oder Ähnliches. Nachdem Moki ein Video über Anni gemacht hat und Anni dann eins über Moki, hat Moki jetzt wieder eins über Anni gemacht und ich bete dafür, dass das einfach für immer so weitergeht. Es geht um Menschen, es geht um ihre Psyche, es geht darum, was im Hintergrund über sie erzählt wurde, es geht darum, was ihnen angetan wurde und was systematisch von einer Person mit Scheinargumenten dargestellt wird. Und Anni hat vielleicht einen Punkt im Video, wo man sagt, ah ja, okay, gut, das klingt wirklich anders und plötzlich ist alles anders und die sind so wow. Aber diese ganzen anderen 20 Punkte davor, die kann man nicht relativieren und man muss sagen, diese ganze Thematik ist anstrengend. Diese ganze Thematik hat die Grenze überschritten. Eigentlich hat es wirklich nichts mehr in der Öffentlichkeit zu suchen. Ich würde auch gerne dieses Thema nicht mehr sehen, weil das einfach teilweise so private Sachen sind, die ich ungerne hören möchte, die mich eigentlich gar nichts angehen. Aber es ist nun mal so, die sind öffentlich und ich kann verstehen, wenn man Dinge klarstellen möchte. Und wenn Anni Dinge klarstellen möchte, dann ist das auch verständlich und natürlich soll man dann zuhören. Wenn aber du nur einen richtigen Punkt hast von 20 und diese anderen 20 Punkte widerlegt werden, dann kann es doch nicht sein, dass man sich direkt auf die Seite stellt und sagt so, ey krass, die hat die zerstört. Die wurde niemand zerstört, denn es geht ja auch gar nicht so um Zerstören. Es geht ja um die Wahrheit für die Person. Und diese Wahrheit, all diese Videos, das wird ja als Unterhaltung wahrgenommen. Es wird gesagt, Mann, es macht gerade so Spaß, Meinungsblogger zu sein. Aber nur, wenn man Geld auf YouTube verdienen kann, heißt das, dass man unkritisch Personen in einem Interview behandeln darf. Dann auch noch sagt, ich will dir nur die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und dann darf man alles abschmettern und sagen, ja, ihr habt ja das Video alle nicht verstanden. Wie unkritisch dürfen wir sein, wenn es um Klicks geht? Nach dem Video von Trainment hat sich Alpha Kevin reflektiert. TJ hat sein Video gelöscht, KuchenTV ist schlauer als alle anderen. YouTube ist ein Business und wir alle verdienen Geld damit. Aber wie weit das gehen darf und was man alles dafür tut, das entscheidet am Ende jeder selbst. Ja, das sind Interviews und keine Zerstörungsformate, aber kritische Fragen und das Eingehen auf Widersprüche hat nichts mit Zerstörung zu tun. Naja, und das sollte man halt auch bei beiden Personen machen. Und das sollte man auch für sich selber auch kritisch unterfragen. Nicht nur bei Anja Dack, auch bei Mauki, wenn es die Sachen bringt, bei beiden. Es gehört einfach zum kritischen Hinterfragen dazu, dass man keine Sache als gegeben hinnimmt und vor allem in so einem Interviewformat wäre es gut gewesen zumindest, wenn es sogar jemanden gibt, der das theoretisch hätte moderieren können, der kritisch hätte nachfragen können, dass das auch gemacht wird. Selbst wenn KuchenTV der Meinung ist, dass er genügend gesehen hat, um sich eine Meinung zu bilden und eher auf der Seite von irgendjemandem ist. Ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er auf der Seite von irgendjemandem ist, aber zumindest kamen da keine kritischen Nachfragen. Und das wäre der Mehrwert gewesen in diesem Video und der war leider nicht da. Sondern das ist meiner Meinung war er nicht da. Eben kritisches Nachfragen, mehr nicht. Dass hier jegliche Kritik abgeschmettert wird und man sich so erhaben über... Ich habe mir das Video angeschaut und keine Beweise gesehen, nur Stromhändler, aber ich habe es vorgelegt, ich schätze mit keinem der Vorwürfe was zu tun haben. Tut mir leid, aber dann... Ja, okay. ...andere stellt, ist fatal und sollte nach jahrelanger Erfahrung und vor allem vorkommnissen wie diesen nicht vorkommen. Das Video von Traymond... Ja, scheinbar war das bei ApoRed auch nicht so gut. Da habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung gehabt. Sorry dafür. ...habe ich euch verlinkt. Es ist wirklich gut gemacht. Es ist super aufgearbeitet und vor allem kann man gut sehen, wie schnell sich einige einlullen lassen, nur weil vielleicht eine Person einen Punkt hat. Also schaut gerne rein, schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und lasst mir auch gerne ein Abo da. Und da sehen wir uns ganz, ganz schnell nächste Woche wieder bei einem neuen Video mit eurem Girl. Also ich fand das Video von Sascha wirklich sehr gut. Ich konnte dazu auch ja einiges sagen. Lasst Sascha auf jeden Fall gerne einen kostenlosen Saber auf YouTube da. Wenn euch die Reaction von mir gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Saber auf YouTube da und einen kostenlosen Saber auf Twitch. Würde mich sehr freuen. dann. Bis zum nächsten Mal.